Survival Quest. Krieg der Clowns. Von Vasily Machanenko. Es liest Thomas Ballou-Martin. Kapitel 1. Rückkehr nach Berleona. Willkommen in Berleona. Bitte befasse dich mit den Hinweisen zum neuesten Update, während die Kapsel neu konfiguriert wird. Eine angenehme weibliche Stimme listete die aktualisierten Spielemechaniken und ihre Besonderheiten auf. Doch damit hatte ich mich in der Realität längst befasst. Stacey hatte die wichtigsten Änderungen kurz für mich zusammengefasst. Das Level der NPCs, die Imperatoren darstellten, war von 500 auf 1000 erhöht worden. Nun konnte den Imperatoren nicht einmal ein ganzes Dutzend auf einmal aktivierte Armageddon-Schriftrollen etwas anhaben. Die Level der Berater und Herolde wurden auf 900 und 800 angehoben. Was die Spieler betraf, hatte man sich einen fiesen Trick erlaubt. Die Höchstgrenze für eine Verbesserung der Statistiken war entfernt worden. Wer stur genug war, konnte seine Eigenschaften nun also bis ins Unendliche steigern. Gleichzeitig war jedoch die Zahl der neuen Eigenschaftspunkte, die ein neues Level einem Spieler schenkte, verringert worden. In den Foren war Empörung ausgebrochen. Besonders zornig waren die Spieler auf hohem Level gewesen, die bereits vor langer Zeit die Höchstgrenzwerte ihrer Eigenschaften erreicht hatten. Alle Bonus-Eigenschaftspunkte, die ihr Aufstieg ihnen in der Vergangenheit verschafft hatte, waren für sie verloren. Trotz der Empörung blieb das Unternehmen bei seiner Entscheidung. Es gab keine Extra-Boni für niemanden. Allerdings machte man das Zugeständnis, dass die Spieler die aufgesparten, bislang noch nicht zugewiesenen Eigenschaftspunkte jetzt nach Belieben in ihre Eigenschaften investieren konnten. Wenigstens wusste jetzt jeder, wie alles geregelt war. Damit mussten wir uns zufrieden geben. In der Spielemechanik gab es keine weiteren globalen Änderungen, mit Ausnahme verschiedener neuer Klassen und Rassen, inklusive neuer Standorte. Ansonsten hatte sich die Landmasse unseres Kontinents vergrößert. Ursache war der Legende zufolge, dass eine Insel den Kontinent gerammt und dadurch ein Erdbeben hervorgerufen hatte. Ich vermutete, auf dieser Insel fanden sich die neuen Rassen, obwohl ich, das musste ich zugeben, den heruntergerasselten Neuheiten nur mit halbem Ohr lauschte. Zu sehr war ich auf das 3D-Abbild meines Charakters fixiert, reich ausgestattet mit einer prächtigen Schamanenrüstung. Bevor ich Geranika in die Luft gejagt hatte, hatte ich längst nicht so beeindruckend ausgesehen. Meine neue Ausrüstung schimmerte im Violett legendärer Gegenstände, was mir verriet, dass mir ein Studium ihrer Eigenschaften ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern würde. Immerhin hatte meine alte Ausrüstung, die ich von den Trizinianern bekommen hatte, ab Level 300 keine Wirkung mehr. Das Unternehmen hatte sich außerdem dazu entschlossen, Geranika und seine Armee wieder auferstehen zu lassen. Wie sich herausgestellt hatte, hatten meine 5 Armageddon-Schriftrollen nicht nur den Gebieter des Schattens und seine Handlanger ins Nirwana befördert, sondern auch den neuen Drachen des Schattens, in den die Programmierer so viel Hoffnung investiert hatten. Diesmal hatten James und sein Team sich nicht die Mühe gemacht, das Rad neu zu erfinden. Stattdessen hatten sie Herrn Johnson gebeten, das Spiel in den Status zurückzusetzen, wie er eine Stunde vor der globalen Zerstörung geherrscht hatte. Sie hatten ganze Berge an erklärenden Dokumenten verfasst und eine Bewertung der Höhe der Entschädigungen vorgenommen, die den Spielern für die während dieser einen Stunde erzielten Fortschritte zu zahlen waren. Anschließend hat Herr Johnson höchstpersönlich auf den großen roten Knopf mit der Aufschrift Zurücksetzen gedrückt. Geranika und sein Drache des Schattens waren wieder zum Leben erwacht und die Spieler hatten ihre Entschädigungen erhalten. Das Unternehmen hatte es allerdings nicht gewagt, an meinem Charakter Änderungen vorzunehmen. Mahan behielt alle Erfahrungspunkte, die er sich durch die Vernichtung Geranikas gesichert hatte. Darüber hinaus hatte das Unternehmen den Schamanen mit fantastischer Beute ausgestattet. Jedes Mal, wenn ich einem Mitarbeiter des Unternehmens begegnet war, hatte der mich verheißungsvoll angegrinst und mich aufgefordert, so schnell wie möglich ins Spiel zurückzukehren, um mir die Eigenschaften dieser Beute anzusehen, die die Großzügigkeit der Firma mir verschafft hatte. In der Zwischenzeit hatte sich mein Leben nach dem Verlassen der Kapsel zu einem echten Märchen entwickelt. Es hatte mich nur drei Tage in einem Rehabilitationszentrum gekostet, um meinen Weg zurück in die Realität zu finden. Eine Woche lang hatte ich jeden Tag vor Gericht erscheinen müssen, um als Zeuge auszusagen. Dann war eine Reihe absolut einzigartiger Vereinbarungen mit dem Unternehmen erfolgt, die meinen Charakter betrafen. Der Höhepunkt war freilich das Auftauchen von Anastaria gewesen, die lange Rede, die sie gehalten hatte, eine halbe Stunde, in der wir geschwiegen und einander in die Augen gesehen hatten, der ungezügelte, leidenschaftliche Sex, der danach gefolgt war, die verrückten Entschuldigungen und Liebesschwüre. Meine Realität wurde durch Tränen, Glück und Liebe beherrscht. Hätte Stacys Vater nicht auf unserer Rückkehr nach Berliona bestanden, wer weiß, vielleicht hätte unser Märchen sich endlos fortgesetzt. Doch alle guten Dinge mussten einmal ein Ende finden, also tritt ein. Die Liste deiner Quests wurde aktualisiert, bitte überprüfe die vorgenommenen Änderungen. Das war die erste Meldung, die ich vor mir sah. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte die Systemmitteilung nicht beiseite wischen. Das verriet mir, bevor ich der Aufforderung nicht nachgekommen war und mir die aktualisierten Quests angeschaut hatte, würde ich mich in Berliona nirgendwohin begeben können. Zur Sicherheit überprüfte ich, dass mein Spawn mich an einen gefahrlosen Ort gebracht hatte. Ja, ich war in der Haupthalle von Altameda gelandet. Also setzte ich mich auf meinen geliebten Schaukelstuhl und rief meine Questliste auf. Ich hatte den üblen Verdacht, man würde es mir nicht einmal gestatten, Altameda zu verlassen, bevor ich mich nicht mit allen aktuellen Änderungen meines Schamanen vertraut gemacht hatte. Der Schöpfer der Welt. Beschreibung, wende dich an den Einsiedler, der am Fuß der Elmerberge lebt. Er wird dir helfen, dein Handwerk in die richtige Richtung zu lenken. Die Piratenbrüder, Teil 3, auf nach Amart. Beschreibung, greife mit den Piraten die Hauptstadt des Schattenimperiums an, zerstöre das Herz des Gebieters des Chaos, die Frist dafür läuft in 15 Tagen ab, oder plündere die Stadt. Diese Quest musst du auf deinem eigenen Schiff abschließen. Training, Level 2. Beschreibung, schließe das Trainingsgelände des Vampirpatriarchen ab. Trainingsdauer, 6 Wochen. Belohnung, plus 60 für alle Eigenschaften, plus 5 Level. Audienz beim Imperator. Beschreibung, du hast beim Imperator und dem Imperium von Malabar den Status der Begeisterung verdient. Der Imperator möchte dich sprechen, um dir deine Belohnung zu übergeben. Audienz beim Dunklen Lord. Beschreibung, du hast beim Dunklen Lord und dem Imperium von Carthus den Status der Begeisterung verdient. Der Dunkle Lord möchte dich sprechen, um dir deine Belohnung zu übergeben. Die Belohnung des Imperators. Beschreibung, du hast das Achievement einer ersten Tötung erreicht und zwei Eintrittskarten für eine Audienz beim Imperator erhalten. Die Audienz wird in fünf Monaten stattfinden. Das Grab des Schöpfers. Beschreibung, du hast den Originalschlüssel zum Grab des Schöpfers empfangen. Alle Gegenstände, die du in diesem Dungeon findest, sind einzigartig oder besser. Das Mindestlevel der Mobs in diesem Dungeon entspricht dem des Spielers mit dem höchsten Level auf deinem Kontinent. Diese Information wird für alle Clans von Berliona bereitgestellt. Enger Familienverband Teil 1. Beschreibung, im Laufe der nächsten drei Kalendermonate müssen du und Anastaria insgesamt 30 Mal mindestens eine Stunde mit einer gemeinsamen Aktivität verbringen, dem Abschluss einer Quest oder zumindest einer Unterhaltung. Questart einzigartig familienbezogen. Belohnung plus 2.000 für die Reputation bei den Priestern der Eluna plus 1.000 für die Reputation bei der Göttin Eluna und die nächste Quest der Questreihe. Wie überaus interessant. Nur durch das Lesen einer alten Liste hatte ich jetzt bereits viele neue Informationen erhalten. Ja. Vielen Dank.